Ganz herzlichen Dank für den Besuch von Herrn Reichel bei uns am Medikat DKU-Messestand. Ich muss eigentlich zweimal an die Firma Mattes Danke sagen. Einmal für die schon seit Jahren gut funktionierende Zusammenarbeit und einmal für die Bereitschaft mit uns auch mal was Neues zu tun, nämlich Software und Implantat in einer Lösung unseren Kunden im Bereich 3D Schulter zukünftig anzubieten. Ich kann mich da nur anschließen, also wir bedanken uns auch, weil ich glaube, dass wir mit dieser Kooperation einen Schritt vorwärts gehen können, der uns als Implantatehersteller doch eine Menge hilft im Markt zu punkten. Wir sind alle unter Druck, Kostendruck. Die Krankenhäuser haben immer weniger Geld. Die DRGs werden abgesenkt und in dem Fall müssen wir versuchen, intelligente Lösungen auch zu schaffen für die Krankenhäuser, dass sie auch unsere Produkte zusammen mit einer Planungssoftware einsetzen können, um eben auch kostengünstig am Markt bestehen zu können. Insofern bin ich sehr froh, dass wir uns zusammen getroffen haben und dass wir auch in Zukunft, ich denke mal, gute Projekte aufgleisen können und uns gegenseitig auch da unterstützen. Kann ich mich nur anschließen. Drei Argumente. Zeit sparen, Geld sparen, Qualitäterhöhung. Das ist unser gemeinsames Ziel. Vielen Dank an die Firma Mattes. Ich bedanke mich heute. Ich bedanke mich heute. Untertitelung.stօsyn.